Ahoi und hallo liebe Zielgruppe zu einem neuen Video auf unserem Kanal, Kreuzfahrtcamper. Es geht heute wieder um den Stellplatzguide und zwar hier in Dümmetz. Genau. Den Stellplatz am Hafen, den haben wir wie immer gefunden in der App Park4Night und wirklich zwei Tage mit zwei Mobilen, einmal mit dem Pepper, einmal mit dem Bulli ausgetestet und das war richtig, richtig schön. Viele beschweren sich aktuell über den Preis, denn der kostet sage und schreibe 15 Euro pro Nacht pro Mobil, zuzüglich 4 Euro Strom, das heißt, wenn ihr Strom haben wollt, bezahlt ihr 4 Euro, aber dann habt ihr die ganze Zeit, also das ist nicht nach einer Stunde, Kilowattstunde sowas, sondern am Komplett. Wichtig ist, weil das auch viele missverstehen, man geht zum Hafenmeister, bezahlt das dort und dann bekommt man 2 Euro zurück, weil man braucht, um hier rauszufahren, das sind die Schranke entsprechend alles, 2 Euro. Wenn man einfach nur hier umherguckt, dann hat man leider Pech, das kostet wirklich 2 Euro, da würde ich aber einfach mal empfehlen an der Rezeption oder beim Hafenmeister nachzufragen und sagen, hier, ich werde nur geguckt, kein schöner Platz, dann ist da 100% was zu machen, also weniger gleich alles schlecht machen, das hilft nicht, sondern einfach mal die Leute fragen, die ihr seht, denn es ist richtig, richtig schön. Die Toiletten, die blenden wir euch jetzt einfach mal ein, Duschen sind ebenfalls am Platz und was richtig genial ist, die haben sogar einen Pool und den darfst du mit benutzen und und wie das alles dann aussieht, die ganze Pool-Landschaft, das zeigen wir euch jetzt. Wem der Pool nicht gefällt, der kann natürlich hier in die Elbe springen, alternativ, da hinten ist die Elden, die mündet hier direkt in die Elbe ein, also, tja, naturschauspielmäßig hat man auch richtig was zu bieten. Es gibt einen Brötchenservice und zwar hat man dort ein Restaurant und da gibt es ein Panoramakaffee, da kann man also einen Brötchenservice auch in Anspruch nehmen, man hat Einkaufsläden, genau gegenüber ist ein Aldi in Penny, ist da ein Bäcker, ist da, man hat eine Apotheke, man gibt es ja eine schöne Burg, also es gibt einiges gleich in der Nähe von diesem Platz, also was will man eigentlich mehr und jetzt zeigen wir euch den Platz einfach mal von oben. und jetzt zeigen wir euch den Platz einfach mal von oben. und jetzt zeigen wir euch den Platz einfach mal von oben. Das waren jetzt die Bilder von oben, von diesem Platz. Ich glaube, ich habe euch gar nicht gesagt, wie viele mobile, ich glaube, wenn ich das richtig gelesen hatte, 40 mobile. Also hier passen auf jeden Fall eine ganze Menge hin, die werden alle längs gestellt und ja, ist schon schön hier. Also das hat uns sehr gefallen, es war wirklich spontan, wir haben, wir wussten nur, wir wollen zur Elbe und da hat man mal geguckt, weil Dömenz hatten wir ja beim letzten Mal in einem unserer Videos, die wir zu Pfingsten gemacht haben, hatten wir das gesehen und haben gesagt, probieren wir einfach, schicken wir die Vorhut hin, sprich meine Schwedereltern. Genau. Die haben schon mal geguckt und wunderbaren Platz gefunden, würde ich mit einem perfekten Blick auf die Mündung der Elde in die Elbe, davon gibt es nicht so viele. Plätze hier, genau, also die sind auch natürlich, klar, sehr beliebt, ist ja logisch, aber... Aber sonst, man hat auch immer Plätze an der Elde und wie gesagt, auch oben geht es, wobei hier ist ein bisschen Schatten... Also ich würde euch immer empfehlen, wenn ihr die Möglichkeit habt, steht unten weiter, weil da habt ihr auch mehr Möglichkeiten des Schattens auf der anderen Seite. Ja, auf der anderen Seite sind halt Bäume, aber die Bäume, die sind vielleicht nicht so hoch, dass sie den gesamten Bereich dann abdecken oder so. Genau. Wie gesagt, die GPS-Koordinaten blenden wir euch ein und dann würde ich sagen, wir empfehlen euch den Platz auf jeden Fall, macht richtig Spaß hier. Und wie gesagt, von den Preisen hier, ja mein Gott, 15 Euro pro Nacht. Aber für das Angebot, was du hier hast, ist es doch okay, ehrlich gesagt. Genau. Wenn euch das Video gefallen hat, dann müsst ihr wieder gerne einen Daumen hoch. Teilt das Video, damit wir noch mehr hier nach Dömenz kommen, weil es lohnt sich wirklich hierher. Und dann sehen wir uns schon bald wieder bei einem neuen Video auf unserem Kanal. Kreuzfahrt Camper. Ciao, ciao. Tschüss. Söööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööö Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020